Kann man eine derart gravierende Sicherheitslücke in ein Sicherheitsprodukt einbauen, das sogar der Hersteller selbst aufgibt und ein neues Gerät empfiehlt? Barracuda hat das erst vor wenigen Wochen ausprobiert. Was da für ein GAU passiert ist, erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu U-Labs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Aus Sicht von Barracuda ging das Ganze am 18. Mai 2023 los. Das Unternehmen sieht sich selbst als Anbieter von Sicherheitslösungen für Unternehmen und MSPs. Das sind Managed Service Provider, also Dienstleister. An diesem Datum wurde es auf ungewöhnlichen Datenverkehr aufmerksam, der von ihren E-Mail Security Gateway Appliances ausging. Das ist eine Kombination aus Hardware und Software vom gleichen Anbieter. Der Kunde betreibt die in der Regel bei sich, aber das Komplexsystem stammt eben als eine Art Blackbox von einem externen Unternehmen. Um die geht es im Folgenden. Ursprünglich ist sie dafür gedacht, dass sie E-Mails auf schadhafte Inhalte, wie zum Beispiel Schadsoftware prüft, soll also die Sicherheit vom Unternehmen erhöhen. Am 19. Mai bemerkt das Unternehmen, dass dieses Produkt von ihnen bei dem Kunden über eine Zero-Day-Schwachstelle erfolgreich angegriffen wurde. Durch einen Fehler besitzt eben diese Appliance selbst eine Sicherheitslücke, für die es zum damaligen Zeitpunkt noch kein Update gab, um das zu beheben. Umso wichtiger ist daher eine schnelle Reaktion vom Hersteller, damit die Kunden so kurz wie möglich schutzlos ausgeliefert sind. Das schien zunächst auch zu gelingen, schon am darauffolgenden Tag, den 20.05. stand ein Sicherheitsupdate bereit. Doch damit war das Thema nicht geklärt, das sollte erst der Anfang sein. Schon die Sicherheitslücke selbst ist ein ziemlicher Totalschaden. Das Problem ist recht simpel. Paracuda liest die in Tar-Archiven enthaltenen Dateinamen aus und setzt diese als Variablen innerhalb eines Per-Skriptes direkt in einen Shell-Aufruf ein. All das geschieht völlig ungefiltert. Man kann daher letztendlich über die Dateinamen in solchen Archiven Code auf dem Paracuda-Server ausführen. Und das vergleichsweise einfach, indem man ein solches präpariertes Archiv per E-Mail an einen Kunden, der hier das Opfer sein soll und die Software nutzt, verschickt. Und schon hat man eine Code-Ausführung aus der Ferne, eine der schlimmsten Schwachstellen, die es gibt. Hier ein typischer Anfängerfehler. Seit Jahrzehnten gilt der Grundsatz, dass man alle Daten von außen, die man nicht kontrolliert, immer maskiert, bevor sie irgendwo in dynamisch erzeugten Befehlen oder auch Abfragen eingebaut werden. Für einen durchschnittlichen Entwickler wäre das peinlich, aber für ein Unternehmen, das Sicherheitslösungen verkauft und sie mit umfassender Sicherheit bewirbt? Das ist fatal! Aber immerhin haben sie das doch rechtzeitig bemerkt und dann auch sofort reagiert, oder? So sahen die ersten politisch geschriebenen PR-Ankündigungen tatsächlich aus. Am 30. Mai brachten sie aber einen ausführlichen Beitrag, der auch mehr auf die technischen Details eingeht. Hier wird das wirkliche Ausmaß deutlich. Zuerst kann man aber sehen, was konkret gemacht wurde. Es gab nämlich am 21.05. nochmal ein Update. Mit dem Skript wollte man wohl Schadensbegrenzungen betreiben, nachdem sie gemerkt haben, dass diese Zero-Day-Lücke nur für sie unbekannt war. Verschiedenste Angreifer verwendeten sie schon seit längerem, um gezielt Barracuda-Kunden zu kompromittieren. Mindestens drei Schadsoftware-Arten wurden bekannt. Bei allen handelte es sich um Hintertüren, sogenannte Backdoors, womit der Angreifer auf verschiedene Arten jederzeit Programmcode aus der Ferne ausführen kann. Die gaben sich in verschiedener Form als Barracuda-Software aus und manipulierten teilweise sogar bestehende offizielle Softwarekomponenten, um nicht entdeckt zu werden. Die erste bekannte Ausnutzung der Lücke stammt vom Oktober 2022. Laut der Analyse von einem externen Unternehmen war es der 10. Oktober. Somit hatten Angreifer also mindestens sieben Monate lang Zugriff auf die Systeme der Kunden bzw. Opfer. Dass da selbst ein nicht-vasierter Angreifer ziemlich vieles lernen und ausprobieren könnte, um möglichst viel Schaden anzurichten, muss ich hier wohl nicht weiter ausführen. Und die Beton liegt auf mindestens. Natürlich hängen Angreifer sowas nicht an die große Glocke und auch nicht jedes Unternehmen möchte da, wenn sie kompromittiert werden, das irgendwie groß publizieren. Daher weiß keiner, wie lange die Lücke wirklich schon ausgenutzt wurde. Das Einzige, was man machen könnte, der Hersteller schaut in seinem Code, wann diese Schwachstelle eingebaut wurde und ab dem Datum muss man daneben das System als kompromittiert betrachten. Das hat er aber nicht gemacht, zumindest gibt es dazu von ihm keine öffentlichen Informationen. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Denn letztendlich ist Fakt, die Schwachstelle wird seit mindestens sieben Monaten ausgenutzt und der Hersteller hat davon offensichtlich nichts mitbekommen, bis es eben richtig knallte. Stellt euch vor, ihr seid Informant und findet bei euch eine Wanze. Würdet ihr sie zerstören und dann denken, ihr seid sicher? Oder liegt nicht die Vermutung nahe, dass es da mindestens noch ein paar andere gibt, vielleicht sogar von verschiedenen Akteuren? Man weiß es nicht, aber es ist realistisch. Auch hier hat Barracuda drei Varianten erkannt, aber es kann halt noch eine vierte, fünfte, zehnte oder hundertste geben. Das weiß man nicht. Es dauerte noch mal einige Tage, bis das dem Hersteller auch klar wurde. Seit Anfang Juni 2023 redet nämlich Barracuda zu drastischeren Mitteln. Man soll nicht nur alle Updates einspielen, sondern die Appliance nicht mehr weiter verwenden und über den Support eine neue bestellen. Offensichtlich hat er also für diesen Fall nicht mal eine neue Installation oder ähnliches vorbereitet. Die Kunden sollen auch alle Zugangsdaten, die mit dem System in Berührung gekommen sind, schleunigst ändern und generell das Netzwerk auf Auffälligkeiten beobachten. Wenige Tage später wird noch mal deutlicher darauf hingewiesen, dass alle Appliances ausgetauscht werden müssen, auch die, wo auf dem aktuellen Update stand, sind. Trotzdem wird auch dieser Hersteller nicht müde zu betonen, wie schlimm doch die Lage für ihn war. Er beschreibt den Angreifer als übersetzt aggressiv und hochqualifiziert. Außerdem sehen man Verbindungen nach China, als ob das irgendetwas besser machen würde. Hier hat aber niemand mit hunderten von Spezialisten Ford Knox geknackt, sondern Barracuda hat halt das grundlegende 1x1 der Sicherheit vollkommen vernachlässigt und das nicht mal gemerkt. Das wird nun auf die Kunden abgewälzt, die sich neue Geräte holen sollen und selber schauen sollen, wie sie jetzt den Schaden in ihrer Umgebung beseitigen. Es ist schon mehr als bitter, dass ein Unternehmen, das sich den Schutz der Kunden zum Existenzgrund macht, solche einfachen Anfängerfehler macht und das nicht mal merkt. Das ist der Sound der totalen Ahnungslosigkeit. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Chirurgen, der soll eine wichtige Operation durchführen, baut euch dabei einen Seitenschneider in euren Körper, ihr sterbt fast und anschließend kommt raus, der hat sich gar nicht darum gekümmert, dass er statt dem Seitenschneider eigentlich einen Skalpell hätte nehmen sollen und er eben nicht im Körper bleiben soll. Was würdet ihr davon halten? Also ich würde von so jemandem sehr großen Abstand nehmen, ebenso wie von Unternehmen wie Barracuda, die den letzten Rest anvertrauen, den man in solche proprietäre Blackbox-Software haben kann, verloren hat und zwar verdient. Denen ist es nicht so wichtig, dass es ja euer Netzwerk das Hobbs geht und nicht ihres. Solange nach ein paar Tagen schlechter Presse die meisten wieder kaufen wie vorher, hat es ja keine ernsthaften Konsequenzen gehabt. Warum soll man da also nachhaltig in Sicherheit investieren, was wahrscheinlich viel teurer wäre? Das wäre zwar dringend geboten, denn erfahrungsgemäß ist sowas kein Einzelfall, da läuft dann systematisch was schief, aber solange die Zahlen passen, ist das aus BWL-Sicht genau richtig. Habt ihr den Barracuda-Vorfall mitbekommen? Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne zu uns, dafür löpst ihr ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.